Ich habe mir bewusst sehr wenig nur angeschaut vom Nichtwitzig-Podcast, also um einfach unbefangen auf die Fragen antworten zu können und mich nicht daran zu erinnern, was haben denn die Kolleginnen und Kollegen geantwortet, sondern ja, also ganz wie ein weißes Blatt in das Gespräch zu gehen. Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nichtwitzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR. Bude, hey, freut mich sehr, dass du da bist. Gleichfalls. Ich habe es ja vor Beginn der Aufnahme schon mal gesagt, du bist tatsächlich der erste Gast, bei dem ich von der Kunst etwas gewusst habe, bevor wir diesen Podcast auch geplant haben. Was mich aber dann doch bei der Vorbereitung so ein bisschen, ich hätte fast gesagt überrascht, aber es stimmt gar nicht, das ist nicht das richtige Wort, berührt hat, war, als ich gelesen habe, deine beiden Eltern sind, waren ja Ärzte. Und dass du von deiner Mutter das möglicherweise schönste Kompliment bekommen hast, das ein Künstler bekommen kann. Und zwar mit dem, was du machst, werden Menschen vielleicht gar nicht krank. Ja, man muss den Kontext kennen. Also meine Mutter hat natürlich lange Zeit sehr gezweifelt an dem, was ich tue. Und hatte große Sorge, dass das nichts wird. Und hat doch gesagt, Junge, willst du nicht lieber erst, mach doch erstmal was Richtiges, was Vernünftiges, was Sicheres. Kunst kannst du später doch immer noch machen. Werd doch lieber erstmal Chefarzt. Und die konnte sich halt genauso wenig wie mein Vater vorstellen, dass das ein Beruf sein kann. Und ja, je mehr es das dann wurde, desto mehr konnten die auch ihre Ängste fahren lassen. Wobei mein Vater bis zuletzt gezweifelt hat. Also mein Vater ist immer davon ausgegangen, um erfolgreich zu sein, muss man das machen, was sich bewährt hat, was andere schon ausprobiert haben, was funktioniert, damit man nicht scheitert. Und so denke ich halt nicht. Ich probiere halt am liebsten Sachen aus, die keiner vorher ausprobiert hat und gucke mal, was passiert. Und das war in den Augen meines Vaters das bescheuertste, was man machen kann. Und deswegen dachte der immer, irgendwann scheitert das, irgendwann muss das doch mal schief gehen. Und ich habe für mich zum Glück irgendwann erkannt, das sind die Ängste meiner Eltern, die haben nichts mit mir zu tun. Und so, also am Anfang war ich natürlich auch traurig und dachte, Mann, warum glauben meine Eltern nicht an mich? Also warum vertrauen die mir nicht? Warum raten die mir die ganze Zeit davon ab, das zu tun, was ich tun möchte? Bis ich das irgendwann verstanden habe. Und dass es im Endeffekt gar nichts mit mir zu tun hat. Aber du hattest da auch mal eine Phase, wo du dir auch selbst überlegt hast, zumindest wenn ich richtig informiert bin, hätte ich nicht lieber mit dir studieren sollen. Ja, ja, genau. Also gerade so in Situationen, wo ich echt übelst gescheitert bin auf der Bühne. Das ist zum Glück sehr, sehr selten passiert. Zum Beispiel? Zum Beispiel 2001 bei einem Liedermacher Open-Air-Konzert, das hieß früher Songs an einem Sommerabend, jetzt heißt es Lieder auf Bands. Da fiel das Konzert buchstäblich ins Wasser. Es hat in Strömen geregnet und es sollte ja auch eine Fernsehaufzeichnung stattfinden. Und die wussten nicht vom BR, können wir es durchziehen oder müssen wir es abbrechen? Müssen wir jetzt 5000 Leute nach Hause schicken? Wir müssen irgendwie Zeit gewinnen in der Hoffnung, dass es aufhört zu regnen. Und haben dann gedacht, hier, gestern beim Konzert, als die Sonne schien, da ist doch dieser junge, sympathische Klavierkabarettist aufgetreten, der den Preis gewonnen hat, der Hans-Seidel-Stiftung für junge Songpoeten. Den schicken wir mal hier ins Rennen, der soll mir hier die Leute bei Laune halten. Und da haben halt nicht zu mir gesagt, ey, könntest du bitte versuchen, also uns hier die Kronen aus dem Fall zu holen und die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, in der Hoffnung, dass wir gleich unsere Fernsehaufzeichnung starten können, sondern die kamen so, ey, wir geben dir die Chance deines Lebens, du kannst jetzt hier schon mal auftreten und wir zeichnen das alles. Ja, naja, ich habe natürlich schon geschnallt, ich mache es für die Leute und gebe mein Bestes. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also, ich dachte, ich mache jetzt das Lustigste, was ich im Repertoire habe, eine Szene aus meinem Theaterstück König Oedipus. Und die Leute waren halt pitch nass, sind gekommen in Erwartung von Songs an einem Sommerabend und nicht in Erwartung von Theaterstücken an einem Sommerabend. Und ich bin übelst abgekackt. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert, die Leute haben mich ausgebucht, ich habe doch noch abgebrochen, habe halt gesagt, ey, ich sauge mir das hier gerade aus den Fingern, was ich mache. Und dann haben sie versucht, die Show zu starten und ein Gospelchor aus Amerika kam auf die Bühne. Eine der Sängerin rutschte auf der nassen Bühne aus und verstauchte sich den Knöchel, damit fing es schon mal an. Und dann hatten die gerade angefangen zu singen und dann schlug der Blitz in die Lichtanlage ein. Und dann war klar, gut, jetzt müssen wir abbrechen, jetzt müssen wir evakuieren. Und es kamen etliche Leute an mir vorbei, ich stand da buchstäblich wie ein begossener Pudel, also auch selber pitch nass, die Bühne war damals noch nicht überdacht. So, und ganz viele sagten, ey, da kannst du nichts für und das lag am Wetter, das lag nicht an dir. Und einer kam und musstete mich von oben bis unten und sagte, na, das war ja wohl sprach. Und das nimmt man sich natürlich dann total zu Herzen. Da können vor 200 andere Leute gekommen sein, die gesagt haben, nein, du kannst nichts dafür, aber der eine, und das ist halt so, boah, also der Stache ins Fleisch, mitten ins Herz. Und natürlich, ich hätte dem gerne hinterhergerufen, stellen Sie sich mal im strömenden Regen vor 5000 Leute und versuchen Sie witzig zu sein. Aber das fällt einem dann natürlich nicht ein. Also Mark Twain soll mal gesagt haben, Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später einfällt. Und dann saß ich da wirklich auch nach der Sendung noch da auf den Stufen des Klosters, wo das stattfindet und war echt am heulen. Und dachte, ich habe den falschen Beruf gewählt. Wer hätte ich mal auf meine Eltern gehört? Hätte ich mal Medizin studiert? Das, was ich hier mache, das kann ich offensichtlich nicht. Aber deswegen frage ich mich dann schon, wenn Zweifel da sind von den Eltern, die aus Liebe kommen, die ja berechtigt sind. Eltern wollen ja immer nur das Beste für ihr Kind. So, ob sie es dann auch machen und so handeln, geschenkt. Aber sie wollen es erst mal, unterstellt man. Dann kommen eigene Zweifel dazu. Woher findest du die Überzeugung, dass der Weg, den du gehst, dann wirklich der richtige ist? Dass du dann weißt, okay, das will ich machen. Wo kommt die Kraft her, die Überzeugung zu sein? Doch, das, was ich da gerade tue, gerade sowas Unsicheres, künstlerische Betätigung, Musik, auch ein bisschen witzig, aber auch ernst. Das ist es jetzt, das mache ich jetzt weiter. Also, was ich nie angezweifelt habe, ist die Liebe zur Sache. Also, ich war immer komplett überzeugt von der Sache an sich. Ich bin gar nicht so sehr überzeugt von mir selbst, so arg geiler Typ, aber ich bin halt total überzeugt von der Kraft der Musik. So, und in Kombination mit Poesie. Und das ist auch, und die Freude an der Sache, die ich empfinde, das ist eben die, die ich immer teilen wollte mit den Leuten und nach wie vor teilen will. Und ich glaube, das merkt man Menschen an, egal was sie tun, ob sie auf der Bühne sind oder Bus fahren, ob sie gerne tun, was sie tun. Und das merkt man sofort. Und man umgibt sich gerne mit Menschen, die gerne tun, was sie tun. Aber wenn du sagst, das war schon immer da, du hast ja, ich glaube, 1997 angefangen, erst mal Physik zu studieren. Hat nicht lange gehalten, aber du hast es versucht. Mach was Vernünftiges, Junge. Und Physik ist vernünftiger? Dachte ich, aber war nicht das Richtige für mich. Also, ich habe Physik studiert, weil ich Mathe sehr mochte zu Schulzeiten. Die Schönheit der Struktur. Ähnlich wie beim Texteschreiben tatsächlich. Also, du stehst vor einem mathematischen Problem und weißt, okay, es gibt dafür eine Lösung. Noch kenne ich sie nicht, aber ich werde sie finden. Das ist ein ganz ähnlicher Vorgang, wie wenn du einen Songtext schreiben willst. So, über dieses Thema will ich reden. Ich möchte aber, dass es sich reimt und dass es gut klingt. Wie kriege ich das hin? Und diese Knobelei und die Freude daran ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen mochte ich Mathe. Also, die Schönheit der Struktur. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner. Und es dann hinzukriegen ist also, bam, totales Erfolgserlebnis. Der Unterschied ist der, eine elegant gelöste Matheaufgabe kannst du nur mit einem Fachpublikum teilen, mit Leuten, die sich damit auskennen. Einen Song kannst du mit allen Leuten teilen. Die, die sich damit auskennen, schätzen dann natürlich umso mehr, guck mal, was der da macht. Doppelreimstrukturen, Schweifreime, Enjambements, so Binnenreime, also das ganze ausgecheckte Zeug. Das muss man aber nicht benennen können, um es zu bemerken und um es zu mögen. Denn all diese Dinge sorgen dafür, dass Sprache gut klingt. Also, ich bringe, ich sorge, im Idealfall sagt das, was ich schreibe, nicht nur was aus, sondern es klingt auch noch toll. Also, ich wecke die Musik, die der Sprache eh schon in der Wund. Das klingt wahnsinnig schön, auch toll und berührend. Und ich weiß ja, du arbeitest zum Beispiel gerade immer noch, glaube ich, an einer Neuversion der Zauberflöte von Mozart. Die ist fertig. Die ist fertig. Gibt es die auch schon öffentlich, ich habe sie nämlich nicht entdeckt. Also, bisher hat kein Opernhaus Lust, das zu inszenieren, leider. Ich dachte, ich renne offene Türen ein, aber sie sind alle verschlossen. Das passt ja zwar im Zeitgeist, oder? Ich meine, deine Mission in dem Sinne, was ich gelesen habe, war es ja auch, so misogine Stellen, rassistische Stellen, neue so zu schreiben, dass sie auch heute in den Zeitgeist passen, oder? Ja, es gibt auch eh schon Bestrebungen, das zu tun von anderen Leuten. Also, der ehemalige Intendant der Wuppertaler Oper hat eine Organisation gegründet, die nennt sich Critical Classics. Und da arbeiten mehrere Leute eben genau daran, problematische Stellen in Opernlibretti zu ersetzen gegen unproblematische Stellen. Und viele Operntexte sind aus heutiger Sicht wirklich schwierig, so einfach rassistisch, frauenfeindlich. Die Zauberflöte vorneweg. So, und, na klar, sie stammt aus dieser Zeit. Und das ist ja auch das Argument der Befürworter, die sagen, nee, Operntexte bitte nicht ändern, das sind Zeitdokumente, das ist Kunst, das soll bitte so bleiben, wie es ist. Und ich kann diesen Standpunkt auch verstehen, aber ich habe mich eh immer von einem anderen Standpunkt der Kunst genähert. Ja, auch in meinen früheren Werken, wenn ich antike Dramen auf die Bühne gebracht habe. Da war mir halt wichtig, ja, also ja, so wie die sind, gibt's die ja schon. Was ich aber daran interessant finde, es reimt sicher nicht im Original. Ich möchte, dass es sich reimt und zwar cool. So, und ich möchte es in eine zeitgemäße, leicht verständliche Sprache übersetzen. Ich möchte es so darbieten, wie ich es als Kind selbst gern dargeboten bekommen hätte, zu dem Zeitpunkt, als wir es gelesen haben im deutschen Bericht. So, ich habe damals schon erkannt, eigentlich ist es eine coole Geschichte, König Oedipus, aber, oh, wirklich schwer erzählt. Und ich würde das ganz anders machen. Wie würde ich das machen? Und hatte damals schon die Idee, ich schreibe das um. Ich mache daraus mein eigenes Theaterstück. Es kam 2009 dann zur Premiere auf die Bühne und ich spiele es seitdem mit großem Vergnügen. Ich habe immer total Bock auf das Stück und sehe da das Publikum auch. Und es kommen ganz viele Schulklassen, die sagen, endlich haben wir dieses Stück verstanden. Und hey, das kann ja auch Spaß machen. Denn was ich beibehalte, sowohl bei König Oedipus als auch bei der Zauberflöte, ist der Gehalt. Der Gehalt, der das Stück erstmal überhaupt reizvoll macht. So, und das ist natürlich einerseits diese märchenhafte Geschichte, aber andererseits, ja, also das, was Mozart besonders gut kann, nämlich Sprache zum Klingen bringen. Mozart wertet mit seiner Musik die Sprache auf. Würde man das einfach nur lesen, ist es relativ unspektakulär. Also jetzt mal auch formal Inhalt beiseite gelassen, sondern, also formal macht Schikaneder, der das Libretto geschrieben hat, ganz viel nicht so gut. Also das reimt sich häufig nicht an Stellen, wo Mozart aber Reimstrukturen reinkomponiert hat. Und Reime sind für mich ja ein Mittel, wie ich schon gesagt habe, Sprache zum Klingen zu bringen. Also Sprache zu musikalisieren. Aber das klingt jetzt super spannend auf der einen Seite, super elitär auf der anderen Seite. Und du hast ja gemeinsam mit Marty Fischer gerade Hype, auch international Hype, mit einem Stück, das ich damit jetzt nicht intuitiv, du kannst es mir vielleicht dann gleich erklären, in Kontakt bringen würde. Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn-und-aber-gar eine geradezu magische Erfahrung war. Aberakadabra. Tja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabar-Baba. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabar-Baba erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabar-Babar-Baren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Bar-Bapapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbaren-Bart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbaren-Bart-Bar-Bier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Korb in seinem Barbaren-Bart-Bar-Bier-Barbershop. Er war zwar ein furchterlicher Laberkopp, aber der Barb war danach total tipptopp. Ich habe schon gemerkt, dass Musik bei dir natürlich viel macht. Also klar, wenn man da Videos anschaut, kann man sich sowieso denken. Wenn man da einen Lebensurwurf anschaut, erst recht. Aber auch jetzt, du bist da richtig mitgegangen, auch mit dem Rhythmus wieder, weißt du da drin. Was verbindet denn jetzt für dich jemanden, der so über Mozart reden kann, um die Kunst, die da drin steckt, mit jetzt diesem, ich möchte es nicht kleinreden, nur im ersten Moment eben nicht so hochkulturellen Ansatz, sondern eher was, was wirklich aus dem Sound kommt, was aus der Sprache kommt, was irgendwie aus dem Rhythmus kommt. Dass auch ganz viele Leute, selbst aus den USA, drunter schreiben so, with great confidence in my German skills, I can tell, this is a song about cake. Und irgendwie so total abgehen auf diesen Song und irgendwie meine Klasse schreit wieder nochmal, 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 so im Deutschunterricht irgendwo in den USA. Dass es so ein internationaler Erfolg ist. Also was bringt denn diese beiden für mich erstmal grundverschiedenen Elemente, was Musik sein kann, in dir als Person zusammen? Das fände ich interessant. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Wie kommt es, dass ein internationales Publikum, das kein Deutsch versteht, dem so viel abgewinnen kann? Also die Leute, die Deutsch verstehen, wissen natürlich alles, was ich mache, insbesondere die Zungenbrecher, zu schätzen, wegen ihrer Sprachgewandtheit, wegen der Reime, wegen der Wortspiele. Und was finden also die Leute daran toll, die kein Deutsch verstehen? Und ich glaube, es ist der Klang und das, was sich über den Klang überträgt. Also egal, welche Sprache wir sprechen, was uns Menschen alle verbindet, ist, dass sich über unsere Stimme unsere Emotionalität überträgt. Und zwar jenseits der Worte. Also du hörst jemandem an, ob der traurig ist, ob der gut drauf ist, ob der wütend ist oder was auch immer, egal was der sagt. Das hört man immer. Und was man bei mir, glaube ich, immer hört, egal, ob ich mich jetzt mit Mozart beschäftige, mit Sophocles oder mit Zungenbrechern, ist die Freude an der Sache, die Freude am Reimen, die Freude an der Sprache, die Freude an der Aussprache. Ist da nicht trotzdem Unterschied zwischen Habababa, was einfach nur so unterhaltend ist, locker ist und Mozart? Oder ist es doch irgendwie dasselbe, aber unterschiedliche Formen? Ich würde sagen, es ist dasselbe in unterschiedlichen Formen. Also für mich ist Kunst dafür da, Menschen zu verbinden und sollte nicht dazu dienen, sich voneinander abzugrenzen. Und wenn man, wenn Kunst so einen elitären Nimbus hat, dann passiert aber genau das. Also allein schon in Deutschland dadurch, dass man E-Musik von U-Musik unterscheidet. E-Musik wird höher bewertet bei der GEMA, wird besser bezahlt. Also ernsthafte Musik. Ja, ernsthafte Musik, so implizit, da darfst du keinen Spaß haben. Und Unterhaltung, das gibt es ja in der Literatur auch. Ernsthafte Literatur, ernsthafte Musik, Unterhaltungsmusik. Genau, für mich ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil. Ich finde, es wird gerade dann interessant, wenn man diese vermeintlichen Genre-Grenzen überschreitet und überwindet. Also denn, du hast auch viel mehr Bock, dich mit ernsten Inhalten zu befassen, wenn sie dir unterhaltsam dargereicht werden. Und umgekehrt. Also ich finde den Humor auch am schönsten, dem immer was Ernsthaftes zugrunde liegt. Ich bin auch super gerne klamaukig und total albern. Aber es werden in meinen Soloprogrammen auch echt profunde Themen behandelt. Also allein schon in König Oedipus, in Antigonet der Fortsetzung. Ich besinge in manchen Liedern auch den Tod meiner Schwester, die als Säugling verstarb und sowas. Also es geht wirklich um was. Jetzt wo du schon das Lied deiner Schwester oder über deine Schwester angesprochen hast, das hat mich extrem berührt. Und ich habe mich dann immer gefragt, das klingt so dämlich, weil es ist natürlich irgendwie klar, wie Spaß und Trauer im echten Leben natürlich auch zusammengehen. Aber ich habe so einen natürlichen Bezug, glaube ich, zu dieser Ernsthaftigkeit der Dinge. Mich hat mal jemand gefragt, warum widmest du dich auch im Journalismus eigentlich immer eher harten Themen? Und ich habe irgendwann aus einem pathetischen Moment rausgesagt, ja, ich habe das Gefühl, meine Lebensmelodie schwingt irgendwie eher im Moll. Und du kannst das ja nicht nur, du machst das ja auch. Dieses Lied über Christine ist ja wirklich so berührend. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, eine Zeile war, ich war gerade einmal drei und der Ältere von uns zwei. Und dann kommt auch noch vor, dass deine Schwester einen Monat und einen Tag alt wurde. Und das war ja eine Zeit, die hast du vielleicht gar nicht bewusst erlebt, im Nachhinein irgendwie rekonstruiert. Man muss ja damit kämpfen, was weiß ich jetzt wirklich noch, was sind Erinnerungen, die ich mir so herbei illusioniere. So geht es mir bei meinem Großvater, der gestorben ist, als ich vier war, viereinhalb. Dass ich gar nicht mehr weiß, habe ich diese Lagerfeuer wirklich mit ihm gemacht? Oder fabriziere ich mir das jetzt so, weil ich so gerne einen Opa gehabt hätte, mit dem ich wirklich das alles unternehme? Und das ist vielleicht für mich viel weniger tragisch jetzt bei dir mit deiner Schwester. Aber wenn man da so reingehen kann, und das ist eine fundamentale Frage auch in meinem Leben, deswegen meine ich sie sehr ernst, wenn ich sie dir stelle. Wie findet man dann noch den Zugang zu so einer Leichtigkeit und Lockerheit auf der anderen Seite und diesem Verspielten, wie ich sie bei deinen Zungenbrechern, bei Rhabarbarbar, aber immer wieder beobachte, wo da wirklich eine Leichtigkeit und Verspieltheit, was Kindliches schwingt. Und wo ich sage, das fehlt mir ganz oft nicht vom Zuschauen, da auch manchmal, aber vom Machen her der Zugang. Und ich erlebe das eigentlich total oft, dass es ein Entweder-Oder ist und Menschen in sich diese tiefen Mollmelodien haben oder dieses verspielte Tänzeln in der Verarbeitung. Und du bringst irgendwie beides zusammen. Das ist für mich ein totales Rätsel. Wie geht das denn? Mir ist dieses Lockere, ich genieße das immer mal wieder, aber mir ist das von mir selbst heraus so fremd, ich könnte das nie. Und da ist jemand, der mir jetzt gegenüber sitzt, der macht irgendwie beides. Wie schaffst du das denn? Also erstmal schön, dass du das Lied kennst und dass es hier so viel bedeutet. Es hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, die kann ich ja mal kurz umreißen. Ich bin als Kind, ich habe meine Schwester nie kennengelernt. Die ist aus dem Krankenhaus nie rausgekommen, leider. Die ist mit einem schweren Gendefekt geboren worden, mit einer sogenannten Trisomie 13. Das ist viel seltener als das Down-Syndrom. Und normalerweise versterben Kinder, die das haben, schon im Mutterleib oder werden zwei Wochen alt, maximal. Meine Schwester, einen Monat und einen Tag. Und ich habe natürlich vor allem die Trauer meiner Mutter erlebt. Mit der bin ich groß geworden. Also die Ehe meiner Eltern zerbrach, auch kurze Zeit danach. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und es war schlimm, mit ihr am Grab meiner Schwester zu stehen und meine Mutter zu stürzen, als kleiner Junge, die dann halt zusammenbrach. Also vollkommen überfordert. Und erst mit Anfang, Mitte 20 war ich in der Lage, selbst um meine Schwester zu trauern und habe das als total befreiend erlebt. Ich weiß noch, ich saß mit meiner Mutter im Café am Gendarmenmarkt, so Touri-Programm. Meine Mutter hat mich besucht und dann überkam es mich und ich weinte das erste Mal aus vollem Herzen um meine Schwester. Und das erste Mal hat meine Mutter mich getröstet und war auch ziemlich ratlos, wie sie das machen soll und sagte dann so Sachen wie, es ist jetzt aber auch schon wirklich lange her, also Sätze, die halt gut gemeint sind, aber auch überhaupt nicht helfen in so einer Situation, aber mir auch gar nicht helfen mussten. Also für mich war das schon Hilfe genug und Trost, meine Schwester betrauern zu können. Und dieses Lied über sie zu schreiben, war für mich ein ganz wichtiger Schritt der Verarbeitung. Auch immer in Phasen, wenn ich Liebeskummer hatte. Also dem Gefühl, musikalisch Ausdruck zu verleihen. Das Schlimme in was Schönes zu verwandeln. Also daraus schöpfe ich ganz viel Trost. Also dem schlimmen Ereignis eine Form zu geben und es auf diese Weise mit den Menschen zu teilen und auch für mich positiv umzudeuten. Also umdeuten heißt, dass man das andere nivelliert. Das stimmt nicht. Also die Trauer hat natürlich auch immer noch ihren Platz. Aber etwas Positives daraus zu schöpfen. Also zu sagen, ja, es ist schlimm, dass das passiert ist damals, aber es gibt dieses Lied. Und das gäbe es sonst nicht. Und darin finde ich ganz viel Trost. Und die Menschen, vor allem die, die was Ähnliches erlebt haben, auch. Denn die fühlen sich, das war das häufigste Feedback, was ich bekommen habe zu diesem Lied, häufig erstmalig in ihrer Trauer gesehen. Und ernst genommen und umarmt. Und es ist ja einigermaßen irre auch, also positiv irre, dass man so ehrliche, tiefe und echte Trauer um jemanden empfinden kann, den man gar nie kennengelernt hat. Ja, also wir haben das neulich erst auf YouTube nochmal einzeln veröffentlicht, das Lied. Und die Kommentare unter dem Lied sind herzzerreißend. Also was die Menschen schreiben. Also da schreiben Leute, sie haben was Ähnliches erlebt. Sie haben ein Geschwisterkind verloren, als sie selber klein waren. Und haben das nie betrauern können. Und jetzt ausgelöst durch dieses Lied, nach 60 Jahren, konnten sie das erste Mal weinen um ihren Bruder, um ihre Schwester. Oh, mir kommt selber gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und das hätte ich halt nie gedacht. Also dass das, ich habe dieses Lied für mich geschrieben. Und das, was ich damit auslöse und bewirke anscheinend, geht weit darüber hinaus. Ich finde die Idee wunderschön. Für mich ist es immer noch schwer, Zugriff darauf zu erhalten, glaube ich, oder es nachzuvollziehen, woher du diese Kraftquelle für beides nimmst. Also dieses Lied mit deiner Schwester. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Rhabarberbar. Ich finde beides ja auf die jeweilige Weise super. So wirklich, wirklich gut. Nicht witzig, ist halt nicht meine Art von Humor oder so, aber gut. Ich höre mir das dann gern an. Und wo, beim einen ist es ja klar, deine Erfahrung, was du es mit deiner Schwester erlebt hast, diese Situation auf dem Gendarmermarkt mit deiner Mutter. Aber wenn das alles in dir vorhanden ist, vielleicht bin ich auch einfach noch zu jung mit 31 dafür, das nachzuvollziehen. Oder es ist eine Persönlichkeitsfrage. Aber ich wünsche mir da wirklich so ein bisschen besseres Verständnis, woher dann bei dieser Einsicht und dieser Tiefe und diesen Erfahrungen gleichzeitig, wo du in dir diese Leichtigkeit für was, dann höre jetzt diese Spielereien mit dem Zungenbrecher und der Rhabarberbar. Wie funktioniert das alles? Es klingt so dumm, aber wie funktioniert das so nebeneinander? Es klingt doof, aber es ist eine ehrliche Frage, die mich beschäftigt. Hast du da auch irgendeine Situation, irgendeinen Moment, wo du vielleicht auch gelernt hast, hey, und ganz viel ist auch ganz toll oder ist das zu gekünstelt, wenn man sowas immer auf den einen Moment runterbrechen will und das ist eher eine Kaskade an Ereignissen? Also die Frage ist ja, warum habe ich mir diese Fähigkeit überhaupt angeeignet? Wobei, ich erfinde ja die deutsche Sprache nicht neu, ich finde sie vor und schaue aber dann, was kann ich daraus machen? Und damit habe ich ja als Kind schon angefangen. Also ich hatte als Kind schon Freude an ungewöhnlichen Reimen und Wortspielen. Und das war für mich damals schon auch so ein Happy Place, also so eine einsame Insel, wo es mir gut geht. Und meine Kindheit war schon nicht cool, also das war auch hart, bei meiner Mutter allein aufzuwachsen, die halt viel am Arbeiten. Ich war auch einfach viel allein und habe mich auch oft allein gefühlt. Und dann eben, ja, meine Schwester, die ich nie kennengelernt habe, die schwierige Situation meiner Eltern, ohne meinen Vater aufzuwachsen. In der Schule auch ein ziemlicher Außenseiter, ziemlicher Nerd. Nerd damals auch schon? Musik oder was? Ja, ja, ich meine, das fanden später hin natürlich dann auch alle irgendwie cool. So, aber am Anfang hatte ich schon zum Teil auch eine harte Zeit, als wir umgezogen sind. Von Hamburg nach Bad Schwartau war das echt erstmal schwierig für mich, in der neuen Grundschulklasse Fuß zu fassen. Das wurde dann besser, als ich aufs Gymnasium kam, aber zuerst war das echt so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und, also, meine Kindheit und Jugend waren nicht die allerbeste. Und die Sprache war immer halt ein Ort, an den ich mich zurückziehen konnte und wo ich gute Laune aus mir selbst schöpfen konnte. Also so eine, fast eine Art von Eigentherapieform. Und daran habe ich bis heute auch Spaß dran. Und dann eben, ja, also die schlimmen Dinge herzunehmen und sie in was Schönes zu verwandeln. Das hat so was, ja, ich weiß nicht, Kathatisches, was Tröstendes. Also die Dinge nicht beiseite zu schieben, sondern, ja, also sich anzuschauen. Und also damit sind die, also wenn ich ein Lied drüber schreibe, ist mein Problem nicht weg. Also ich habe auch nicht ein Lied über Liebeskummer geschrieben und dann hatte ich keinen mehr. So war das nie, aber es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin, begleitet von vielen anderen Schritten. Und was eben bleibt, wenn der Liebeskummer dann auch irgendwann vorbei ist oder eben die Trauer um meine Schwester integriert ist. So, also ich, ich finde immer noch traurig, dass sie nicht mehr da ist, aber ich finde total schön, dass sie da war. Und das für mich erkannt zu haben, also daraus schöpfe ich ganz großen Prost. Ich habe früher die Frage immer beantwortet, hast du Geschwister mit, nee, ich bin Einzelkind. Weil ich das so, ich dachte, das wäre so. Bis ich dann irgendwann geschnallt habe oder irgendwann mir mal gesagt hat, das stimmt ja eigentlich gar nicht, du hast ja eine Schwester. Und ich dachte, ja, stimmt. Ich bin gar kein Einzelkind. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass ich mich nicht mehr so alleine gefühlt habe, obwohl ich meine Schwester nie kennengelernt habe. Und bis heute beantworte ich die Frage anders. So und bin dann auch ganz ehrlich und sage, wenn mich jemand fragt, hast du Geschwister, sage ich keine Lebenden. Wann war das, als dir das bewusst geworden ist? Also sprechen wir da über 17 oder 27? Oh, viel später. Also im Grunde, damit war der Grundstein gelegt für dieses Lied. Das muss 2009 oder 10 oder so gewesen sein. Da war ich so alt, wie du jetzt bist. Krass. Weil du auch... Also für mich ist, um die Fragen zu beantworten, das ist für mich die Schwere des Lebens anzuerkennen und dem Ganzen mit Humor zu begegnen, im Idealfall, das ist für mich kein Widerspruch. Also das kann super gut koexistieren. Das wird ja auch häufig so ein Klischee, das oft gesagt wird, ja, der Clown, in Wahrheit sind die total traurig. Ich glaube nicht, dass man das pauschal so sagen kann, aber ich glaube, dass man viel Humor auch aus der Trauer gewinnen kann. Weil du vorhin auch viel mit Liebeskummer angesprochen hast. Du hast ja auch einen Song, der Liebeslied heißt, nach dem, was ich von außen beurteilen kann, auch eines der populäreren Lieder von dir. Ich glaube, 4,2, 4,3 Millionen Mal in YouTube alleine angeklickt, obwohl es 17 Jahre alt ist. Und ich meine, da heißt es ja auch, das heißt es ja auch, du, immerzu denke ich an dich. Immer noch wieder nur an dich. Ja, das ist ein anderer Song. Das ist ein anderer Song. Der heißt an dich. Da geht es dann trotzdem auch noch weiter, zum Beispiel, was habe ich nicht alles probiert, um nicht an dich zu denken, mich abzulenken. Was ich auch machte, jede Nacht verbrachte ich doch noch wach und dachte an dich. Das ist ja ein Moment, den, glaube ich, viele Menschen kennen. Das ist ein Moment, der irgendwie so eine universelle Wahrheit drin hat, wo ich mich gerade echt zusammenreißen muss, aber steckt da oder muss vielleicht da auch gar nicht auch eine Leichtigkeit drin stecken, weil ich habe das gelesen, die Lyrics von deinem Liebeslied, auch von das Liebeslied, diesem An dich. Und ich saß zu Hause vor meinem PC und habe mich gefragt, ob ich das hier ansprechen kann, weil ich mir nicht sicher war, bin gerade in einer sensiblen Phase, ob ich dann auf der Bühne sitze und heule. Und ich bin gerade schon wieder kurz davor und ich frage mich, wo, also das ist total schön und es ist ästhetisch und es ist gut, sowas zu fühlen und gleichzeitig da, also ist da auch Leichtigkeit, die ich jetzt nur nicht sehe? Als ich das Lied schrieb, ging es mir echt dreckig. Also da hatte sich meine erste Freundin von mir getrennt und ich dachte, das überlebe ich nicht. Also das war so existenziell schlimm für mich. Wir, also inzwischen verstehen wir uns wirklich blendend. Das hat damals ein bisschen gedauert, so, aber nach vier Jahren war ich wieder sehr fein mit ihr und uns verbindet eine sehr schöne Freundschaft. Also wir sehen uns nicht oft, wir sprechen uns nicht oft, aber wenn, es ist sehr, sehr schön, was vermutlich der Tatsache geschuldet ist, dass wir mal zusammen waren und eben in dieser Zeit einander auch sehr, sehr wichtig. Also ich kann mit Freude zurückblicken und sagen, schön, dass wir einander hatten und immer noch einander haben, sodass wir immer noch im Leben des jeweils anderen vorkommen und einander wichtig sind und dass sich das so transformiert hat. Also als Paar wären wir auch nicht mehr die Richtigen füreinander. Und das irgendwann auch zu erkennen und anzuerkennen war ein wichtiger Schritt. Und ja, also bei diesem Lied ist es so, dass ich zurückschraue und mich freue, dass es das Lied gibt. Ich habe im Zuge dessen auch mal gedichtet in dieser Liebeskummerphase, das sage ich von manchen Liebesliedern noch an, Das große Privileg am Liebesliederschreiben ist, auch wenn die Liebe geht, die Liebeslieder bleiben. Und was mich dieses Lied auch heute immer noch gerne singen lässt, ist die, also das hat ja was sehr Repetitives und Litaneihaftes. Man hat ja das Gefühl, man kommt aus diesem Gefühl nicht mehr raus. So, du gehst dann mit Abend schlafen und du wachst dann mit morgens auf. Und zwischendrin träumst du davon und denkst, oh Gott, es wird mich mein Leben lang verfolgen. Um Gottes Willen. Und dafür habe ich versucht, einen musikalischen Ausdruck zu finden. Also es findet auf einem, die Refrainzeile findet auf einem Ton statt, wird aber von unterschiedlichen Akkorden unterlegt. Also es ist so, aber was ich auch tue, immerzu denke ich immer noch wieder doch nur an dich. Was ich auch mache, die jede Nacht verbrachte ich wach und dachte an dich. Was ich auch tue, immerzu denke ich immer noch wieder doch nur an dich. So, also in der Musik findet statt, was passiert. So, du denkst immer wieder dran und, aber es klingt halt geil. So, durch die Binnenreime, durch den Rhythmus. So, und ja, also ich freue mich total, dass mir das eingefallen ist, aus künstlerischer und musikalischer Sicht. So, und an der Stelle fängt es, wie ich vorhin schon gesagt habe, an, es sich zu drehen. Also, dass du denkst, ja, also ich hätte dieses Gefühl lieber nicht gehabt, aber mh, da habe ich den Song und der ist ganz schön gut. Ja, aber ich finde das total krass, was dann Musik, so wie du es beschreibst, jedes Mal, dass du das auch schaffst, das zu leisten, ist ein Kraftakt. Ich meine, 2014, deine Mutter ist ja gestorben, bei der du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann auch mal ein Lied geben wird, aber gerade würde ich jede Wette eingehen, so wie du redest, dass es das geben wird. Das stimmt, also es geht nicht sofort, ne? Also in einer Akutphase von Trauer bin ich nicht in der Lage, ein Lied zu schreiben. Das geht nicht. Also ich habe immer gebraucht, bis das möglich war. So allein schon wieder, also bis man erstmal wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Also zu dem Zeitpunkt, wo ein Lied raus will und sich manifestiert, ist ein Großteil der Trauerarbeit, wenn es darum geht, auch schon geleistet, würde ich sagen. Muss, also anders geht es gar nicht, anders kann ich das gar nicht. Damit es sich loslösen kann, in eine andere Form übergeht. Das ist ja auch eine Form der Abstraktion. Also man guckt es sich dann ja von einer anderen Warte aus an, also so ein bisschen von außen, um es künstlerisch zu sublimieren. Also da kommt ja dann auch irgendwann Handwerk ins Spiel. Und dafür brauchst du schon auch ein bisschen Abstand von der Sache. Also wenn du mittendrin sitzt, denkst du, wie soll ich denn jetzt einen Stift halten, beziehungsweise das geht alles gar nicht mehr. So, also, aber es ist eben auch ein Akt der Selbstermächtigung. Also ein Kunstmachen war für mich auch immer so ein, ich ziehe mich hier jetzt selber mal aus dem Sumpf raus, zumindest ein Stück weit, und mache jetzt was, ich komme wieder ins Handeln. Hast du denn ganz zum Abschluss noch etwas, was du gerne erzählen möchtest, was du noch mitgeben möchtest, was vielleicht gute Musik in einem Satz für dich ausmacht? Letzte Worte. Ja, ich würde gerne noch den, also nochmal zum Anfang zurückkehren unseres Gesprächs und den Kontext des Komplimentes, was ich von meiner Mutter bekommen habe, also den Kreis schließen. Also wenn man weiß, wie ich aufgewachsen bin, wenn man weiß, was meine Familiengeschichte ist, erscheint natürlich dieses Kompliment nochmal in einem anderen Licht. Also auf mir ruten alle Hoffnungen meiner Eltern. So nach dem Motto, wir haben ein Kind verloren, das Kind, was noch da ist, das ist jetzt aber auch ganz wichtig, dass aus dem was wird. So, und als beide Eltern realisiert haben, das ist wirklich erstmal ein Beruf, Kabarettist, Musikkabarettist, das steht auf soliden Füßen und der Junge kann damit auch wirklich was bewegen und Menschen berühren. Haben die nicht nur ihren Frieden damit gemacht, sondern halt auch gut gefunden, was ich mache. Und sich damit auch auseinandergesetzt. Also mein Vater, der liest sich dann immer so in Sachen ein, hat er gemacht. Er ist leider inzwischen auch verstorben. So, und hat sich dann auch wirklich damit beschäftigt. So, was ist denn das, was mein Junge, was mein Sohn da macht? Und was machen denn die anderen? Mal gucken, ah, guck mal hier, interessant. Und auch dann so mit mir gefachst. Kennst du den? Ja, sicher kenne ich den. Ja, was der macht, finde ich gut, aha. So, und das war halt sein Weg, um Anteilnahme zu zeigen. Er war natürlich auch total skeptisch und hat mich dann bevormundet. Und ja, so musst du das machen, so wie er das macht. So hier, der, der Kollege, der macht was über Männer und Frauen. Es kommt gut an beim Publikum, mach das mal auch. Und da hat es natürlich keinen Sinn, meinem Vater zu erzählen, nee, du, ich mache lieber so, wie ich das für richtig finde. Nein, das ist Quatsch. Du musst das machen, wie die anderen das machen. So, und natürlich habe ich zwischendurch auch mal gehadert, nicht nur infolge von Klosterbanden, sondern auch infolge anderer Ereignisse, dass ich dachte, naja, also, und habe das artikuliert. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, vielleicht hätte ich doch Arzt werden sollen, so wie du. Denn das, was du kannst, ist so sinnvoll. Du sorgst mit dem, was du kannst, dafür, dass Menschen gesund werden. Und darauf hat sie gesagt, das stimmt. Aber mit dem, was du kannst, sorgst du vielleicht dafür, dass sie gar nicht erst krank werden. Und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Also, so ein schönes Kompliment habe ich noch nie bekommen. Und ich hätte es am wenigsten erwartet von meiner Mutter. Warum? Wie gesagt, weil meine Mutter anfangs sehr skeptisch war und sehr ängstlich und auch eine schillernde Person war. Also, ihr war vor allem auch wichtig, gut dazustehen. Sie war sehr leicht kränkbar. Sie war mit meinem Vater bis auf den Tod verfeindet. Und er konnte... Ganz kurz, also, deine beiden Eltern, schwieriges Verhältnis dann zueinander seit dem Tod des gemeinsamen Kindes? Ja, auch vorher schon. Vorher schon, okay. Weil es gibt so eine Statistik, die kenne ich aus der Palliativmedizin und Trauerarbeit. Fast drei Viertel aller Ehen zerbrechen, wenn man das gemeinsam mit Kind verliert, weil unterschiedliche Trauermechanismen in der Grund dahinter sind. Was ja auch wieder diesmal statistisch, nicht künstlerisch, zeigt, dass Menschen im Grunde einander doch sehr ähnlich sind. Ja, und also, auch die Trauer des anderen konnten sie beide nicht so richtig sehen und anerkennen. Wahrscheinlich, weil es so unterschiedlich war. Und ich weiß von meinem Vater, natürlich hat er um meine Schwester getraut. Meine Mutter hat ihnen das immer vorgeworfen und so. Also, die, ja, also konnten Sachen sehr schwer loslassen, gewisse Dinge. Also, beides schwierige Menschen und auch nicht ganz einfach, deren gemeinsames Kind zu sein. Und ich hätte mir meine Schwester sehr gewünscht, als Verbündete im Schützengraben, als über unseren Köpfen der Krieg meiner Eltern tobte. Also, ich glaube, wir hätten sehr füreinander da sein können. Also, bei allem, was ich schwierig finde an meinen Eltern, wenn man sie kennt und weiß, wo es herkommt, kann man es verstehen. Also, das war auch ein wichtiger Schritt, einfach sich klarzumachen, naja, gut, wenn man so aufgewachsen ist wie meine Mutter, ist das eigentlich nicht weiter verwunderlich. Krieg, Krieg, Flucht, das vierte von fünf Geschwistern, das kleinste Geschwister, schwerstbehindert. So, also da auch einfach in einer Versorgungslücke zu sein. Also, die Krankheiten, die meine Mutter hatte, die sagte zwischendurch, sie hätte Leukämie und muss sterben. Dann hatte sie einen schweren Strahlenschaden an der Hand, weil man damals noch alles mit Strahlenmedizin behandelt hat und dachte, das wäre das Allheilmittel. So, und dann hat sie ein Geschwür bekommen an der Hand, was nicht aufhörte zu eitern. Ihr musst den Finger entfernt werden, so als Teenager-Mädchen. So, und dann immer zu denken, oh Gott, jetzt gucken alle auf meine Hand und alle finden mich doof. Deswegen, also, du hast ja eh schon genug Issues in dem Alter und dann das auch noch on top. Also, das war schon echt maximal beschissen, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Mein Vater auch, aber aus anderen Gründen. Also, einfach große Wunden in den eigenen Seelen. Dann sind sie sich begegnet und konnten einander aber auch nicht wirklich heilen. Also, das haben sie sich, glaube ich, sehr voneinander gewünscht, dass der andere, also der jeweils andere, die eigenen Wunden heilt. Also, und das konnten sie nicht. Also, die konnten sich selbst ja nicht genügend Halt geben und dann schon gar nicht einander. So, und dann halt Kinder, ich, meine Schwester. Also, das war schon echt hart für meine Eltern. So, das erkenne ich mal an, an dieser Stelle. Und in dieser Gemengelage, sich selbst dann auch zu finden, das war auch nicht ganz einfach. Und wer weiß, wo ich gelandet wäre, hätte ich die Kunst nicht für mich entdeckt. So. Und jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Also, ich würde gerne eine allerletzte Frage stellen für heute. Weil ich finde, das dann doch, was du erzählt hast, berührt mich mit deiner Mutter. Auch wenn sie Fehler hat, sie hat diesen Satz gesagt, du hast nicht damit gerechnet. Wenn du ihr jetzt nochmal was erwidern oder noch einen Satz sagen könntest, was wäre das denn? Also, ich habe mich für den Satz damals schon herzlich bedankt. Und also, ich musste erst mal lachen und fragen, was hast du da gerade gesagt? Aber es kam aus vollem Herzen. So, sie hat es wirklich ernst gemeint. Und ich sage das auch gerne auf der Bühne, weil ich das wirklich ganz, ganz toll finde, dass sie mir diese Form von Anerkennung und Liebe letztendlich gezollt hat und auch gezeigt und verbalisiert hat. Und das hat sie an vielen anderen Stellen eben nicht getan. Also, das hat es, ja, auch was Tröstendes. So, ich, ja, so schwer es war und auch immer noch ist, Kind meiner Eltern zu sein, ich bin es in letzter Konsequenz auch gern. Denn andernfalls wäre ich ja nicht da. Bodo, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Offenheit, das ehrliche Gespräch. Ich fand es sehr, sehr, sehr berührend und sehr toll. Danke schön. Wir haben jetzt wenig über Dinge gesprochen, die witzig sind. Nicht witzig, der Name ist Programm, glaube ich. Ja, richtig, wir haben heute über alles gesprochen, was nicht witzig ist. Ich sagte gerade schon zu Manuel, er hat mir Fragen gestellt, die hat mir so noch keiner gestellt. So ein Interview habe ich noch nicht geführt. Also, auch ich bin total berührt, auch mir kamen zwischendurch fast mal die Tränen. Ich finde es immer schön, wenn so ein wechselseitiges Gespräch stattfindet. Und nicht einer stellt Fragen, der andere beantwortet sie, sondern man bringt sich gegenseitig auf Ideen. Man teilt was, man gerät in Kontakt mit Gefühlen. Also, es war wirklich ein sehr intensives Gespräch, was ich sehr genossen habe. Ich bin sehr, sehr angefüllt mit Emotionen. Und nur, weil ich jetzt irgendwie nicht alles so super lustig finde, das ist es ja nicht, worum es geht. Dass Kunst einfach berührt, einem was mitgibt. Und ich fand es jetzt einfach sehr schön und bleibe natürlich meiner Mollmelodie treu, wenn ich jetzt schon wieder fast heule. Ja.